Jo, herzlich willkommen zu einem weiteren Part of Borderlands. Boah, scheiße. Meine Festplatte läuft voll. Schrot, Muni. Könnt ihr doch jetzt mal sterben, bitte? Alter. Wow. Ja, warte, wenn du am Geschütz stehen bleibst, dann kriegst du mehr Leben. Das ist ganz praktisch. Ist aber so, die Spurkar krieg ich immer noch One-Head, aber die Knallharten irgendwie fünf Schuss oder so. Ja, die Knallharten sind ja auch die kleinen Ostgegner. Okay, da ist noch eine Pflanze. Gut, hoffentlich kann man hier noch mehr von dem Trance. Oh, da hinten ist wieder was. Ah, sie haben die Verstarken aus. Das ist einer. Ja, aber so, noch eine Pflanze. Nice. Aber es macht schon Bock hier. Noch eine Waffenkiste, falls ein SMG drin ist, dann lass für mich oder A. Das ist meins. Das ist unsere Feind, das ist SMG. Nein, kann zugehoben, meins besser. Nein, bitte, das SMG nehme ich, bitte. Ja, ist ja gut. Das SMG muss ich... Ach, komm, jetzt kann ich... Internet-Lags. Mit Blitz als... Du hast übrigens eine Waffe fallen lassen, ne? Weiß weg, warte ich noch nicht nehmen, ich muss den wir ein bisschen wechseln. 8 mal 30, kranker Scheiß. Ich kann auch nicht mehr wechseln. Doch. Die Schrott ist gar nicht so gut, im Moment. Obest du... Unten. Wir müssen hier links weiter, da müssen irgendwo noch was für den Platz sagen. Ey, hier ist noch ein Gang, das weißt du, na? Wo? Ja, das kommen wir gerade her, ne? Das weißt du. Okay, warten wir mal kurz, du musst du doch noch an den Klassenenden dann. Weil eine Klasse gefällt mir nicht, bis erstmal gar nicht Schrot reinpacken, ey. Ich hoffe, wenn wir hier links weitergehen, gibt's weitere Samen. Boah, ich höre wieder durch deine Lautsprecher. Ein Moment, wir muss kurz doch was ändern, mit den Lautsprechern. Ach, okay. Ja, Moment. Boah, ich hoffe, es gibt noch weitere von den Samen. Okay, umgestellt. Ey, wir müssen erstmal hier oben hoch, da weißt du, ne? Da ist nichts mehr, ne? Äh, du weißt, dass du hier oben noch, äh, da oben langlaufen kannst? Ja, da war ich schon. Eh nicht. Du hast Waffenkiste... Ach, hier waren wir wie schon. Ja. Naja. Aber ich weiß nicht, wo die weiteren Samen sind. Ich muss so sehen, wir sind beide fast Level 13. Bist du schon Level 13? Ja, fast. Ich auch. Boah, ich war echt krank, ey. Ohne Scheiß. Wenn du so Blitzwaffe hast, ne, sind echt übertrieben krank, ey. Ich hab eine. Sind echt fies, ey. Ja, aber das ist so ein Dreischuss-Teil. Sind hier irgendwelche Pflanzen? Ich hab's, ich hab ganz normalen Schuss. Das ist echt nice, Mann. Ah, hier ist eine Kiste mit Geld. Ja, und wir sind vor allem Viechern. Fast Level ab. Okay, weiter geht's. Ey, hier gibt's kein Kraut mehr, das nervt mich. Tja, man's nimmt. Nein, das ist schlecht, weil dann kriegen wir kein neues, kriegen wir die Mission nicht fertig und damit auch kein Level ab. Äh, och nein, weil ich die Fische hasse. Äh, och nein, hier waren wir schon, hier gibt's keine Pflanzen mehr. Hier waren wir auch schon. Ja, wir sind übelst im Kreis gelaufen. Hm, aber dafür haben wir so eine Hülle gefunden und vier Punkte klar gemacht. Ja, gehen wir hier lang. Wie spät haben wir's? Warte, schau mal kurz. Äh, halb neun. Halb neun. Was? Halb neun erst? Ja, wir haben ja relativ früh angefangen heute. Geht's hier unten lang. Nein, oder? Nein. Bist tot. Hm, ich bin nicht tot. Nein, bin unten hin, das meine ich. Easy going. Too easy. Die hier nur hat ein Viech-Spawn. Oh, naja, Muni. Hab ich genommen. So, ist und scheißegal, weil ich selber übelst viel Muni habe. Ach nee, jetzt kommen wir wieder da oben hin, wo wir... Obwohl, nee, 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 wir können hier gerade ausgehen. Vielleicht kommen wir dann zum weiteren Samen. Aber die Karls haben wir so ziemlich schon... Wow. Ey, hier sind... Oh Gott, das muss ich nehmen. Lass mich. Alter, ich hab so ein geiles Schild aufgenommen. Oh mein Gott, ich hab ein Schild, das hat 71. Ja, ich hab ein Schild, das hat 83. Boah, ist das denn schwerer? Das hab ich schon länger... Hab ich irgendwo gefunden. 9.000. Ey, ist das Grab? Ja. Ey, wir sind ja in diesem Grab, ne? Ja, ich weiß. Ich würde sagen, diese Map, äh, hier... Ah, hier ist Geld. Diese Map können wir eigentlich nicht mehr so viel finden. Warten mal, ob wir das überhaupt schon voll haben. Nein, wir... Oh, das ist leicht gemacht. Wir haben sechs von acht Klingen, du mensch haben. Und fehlen noch zwei. Komm, gehen wir nochmal runter, da muss ja noch irgendwo was sein, oder? Ich denke schon, aber dann... Hier sind Schild mit 74, falls du bei uns brauchst. Das hab ich grad weggeschmissen. Ach so. Ich mein... Warte, wie viel hat meins? Naja, warte doch. Ich kann... Ich kann sogar glauben, dass ich grad ein paar Teile vergessen hab, weil... Ey, da oben... Ich dachte, da oben waren wir zuletzt. Ja, wir laufen jetzt nochmal das gleiche ab wie wir zuletzt, das wir schon gemacht haben. Und ich hab wieder Internet-Lags. Hier ist eine. Unglaublich. Okay, dann fehlt uns nur noch eine. Das ist schon wieder sehr gut. Da oben! Oh Gott, da geh ich immer hin. Da kommt man so nicht hin. Ich glaub mal hier. Da geht's auch nicht hin. Da! Ich bin drauf. Nein! Warte, vielleicht kommt man da noch hin. Scheiße. Ach nee, hier geht's definitiv nicht weiter. Ja, ich los, ich bin oben. Okay. Gut. Wer Wind sät, haben wir fertig. Mission, der Wind sät. Okay, jetzt gehen wir zurück in die... Du bist bereit zum Abschluss. Ja, ich weiß. Du musst was machen. Nein, ja, die müssen wir halt abgeben dann. Jojo. Ich glaub, wir machen heute noch mehr als vier Parts. Das war voll Fahrspiel, ey. Das ist ja, aber nur, wenn man nicht die ganze Zeit freckt. Aber ich finde, Singleplayer wieder spüre, ob kein Fun machen. Ja, weil es halt immer die gleichen Missionen sind, aber... Ich finde, es ist voll schwer mit der Schrot umzugehen, aber mittlerweile... Konne ich's wohl. 74. Hä, wieso schön bei mir, dass es schlechter ist. Weil es schlechter ist? Nein, meins hat nur 71 Schutz. Ja, dann nimm's halt. Aber meins, bei mir, Energie in die Leben, wir sehr schnell. Ja, dann lass es halt. Wie sollst du eigentlich kein Headset auf? Ich höre deine Sounds. Ich hab keinen, ich hab meinen Headset auf. Soll ich noch leiser machen? Naja, na, passt schon. So, so besser? Wenn's jetzt abstürzt. Gut, jetzt müssen wir nur schauen, wo wir die Mission abgeben müssen. Kann da schon mal die Viecher auflegen und ich schau, wo wir das abgeben. Ich glaub, mal bei diesen einen Typ mit der Brille da. Nee, ich glaub, das war bei jemand anderem. Oh, ich hab auch im Milchsschnitt hier liegen. Jetzt ist das nicht schön. Ah, stimmt. TK Bay, hey. Oder wie auch immer. Oh, scheinbar. Ich muss warten, dass ich nicht eine Gelegenheit habe, die Mission zu öffnen. Ja, wo ist das? Hier ist vielleicht mal für mich wichtig. Ich laufe mich mal weg. Bin schon weggelaufen. Bin schon weggelaufen. Wie fehlt ein Millimeter bis zum nächsten Level? Mir fehlen eineinhalb bis zum nächsten Level. Also eineinhalb Spalten. Spalten. Fehlt weniger als ein halber. Ja, hast du's gut. Boah, beide mit den Header versehrt, ey. Oh, falsch. Ist mir auch gerade aufgefallen. Der erste Borderlands Part hat ja schon zwei Daumen nach oben. Oh, oben. Ist auch ein geiles Game. Jetzt wirst du wahrscheinlich gleich Level ab. Warte. Bitte nichts machen. Ich muss hier mal ein Milchsschnitt öffnen. Ja, letztes Level. Und du hast einen ziemlich geilen Sniper. Auf jeden Fall ist er golden. Keine Ahnung, ob der... Was hab ich? Ich hab einen Sniper bekommen. Also ich hab auch einen Sniper bekommen, aber... Hä, ich hab's da... Hab ich gar nicht. Doch, du hast einen Sniper bekommen. Wie ich sehen. Ja, schau halt in deinem Inventar. Ich hab keinen Sniper bekommen. Doch. Oh, der ist lila. Oh, nein, bei Mr. Gold. Ja, ich mein, die Schrift ist lila. Oh mein Gott, sehr geil. Ich würd sagen... Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, sechs Minuten. Wir holen uns jetzt erstmal ein Auto. Und machen noch ein paar, natürlich. Nee, wir haben noch sechseinhalb Minuten. Aber hier gibt's Ventilatoren. Und die kann man scheinbar irgendwie in Gang setzen. Ups, 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 ups. Jetzt hab ich eins mit Machine Gun gemacht. Obwohl ich einsteige, muss ich noch... Junge, Katrin ist total bei mir, da killen, bitte. Ja, steig du halt schnell an. Ich kann nicht schießen. Boah, nicht nicht. Du Scheiß. Junge, das sind einfach, wer... Übergeil, äh. So. Gut. Jetzt schaue ich nur, welche Ventilatoren das sein könnten. Warum nimmst du denn auch Dingsbums, äh, Maschinengewehr? Kauf kein Mensch. Ja, du wolltest fahren, eins, das sind die Bedingstiecher. Ähm, na gut. Suchen wir einfach mal Ventilatoren. Ach Gott, hier kommt man nicht. Mein Glaube. Aber hier ist auch kein Ventilator. Überfahren. Oder will ich... I read... Badlands. Ja, doch. Hm. Mit Ventilatoren, oder? Oder als Turbine heißt das. Hm. Der Cephyr Substation. Sieht man hier irgendwelche Namen? Ne, sieht man leider nicht. Naja, gut, wir suchen einfach mal, würde ich sagen. Na, beim ersten Such, was... Fahr mal recht hoch, fahr mal recht hoch, da war noch gar nicht. Ich glaube, da ist auch nichts. Ne, natürlich nicht. Ähm, hier sind keine Ventilatoren. Ich kann nicht fahren. Oder sind hier Ventilatoren? Nur Knochen. Oder doch da vorne ist, glaube ich. Ja, hier. Ist ja kein Ventilator. Äh. Auch da, ja, ja, ja. Aussteigen. Aber ich glaube, das ist nicht der, den wir in Gang setzen müssen. Ach nee, das ist so ein Verschmutzter, den macht man erst später. Ist doch eine eigene Mission. Und ich steige ein, ich homilie, die Fischer. Oder ich mache mal so. Ja, MG ist halt scheiße zum Kämpfen, ne? Mit diesen... Mit diesen... Granat wäre fast vielleicht da. Ja, komm, wir fahren einfach. Ja, wir werden gerade sagen. Oh, mal an die Dinge. Ob's lustig ist, uns zuzuschauen. Da, ich sehe doch die Ventilatoren, ich bin doch echt. Da hinten sind die ja auch. Ja, rechts. Hier sieht man doch. Aber echt, man. Ich frag mich jetzt nur, wie man die in Gang setzen soll. Ich steige mal aus und du bleibst drinnen sitzen. Da hinten sind Feinde, das weißt du nicht? Ja, setz dich wieder rein. Nein! Doch, setz dich rein, dann kannst du die besser anziehen. Ich muss noch neues... Weiß die Scheiße, das ist um Tönen. Ja gut, ich steige wieder ins Auto ein, ich fahre. Warte, wir gucken. Das sind nicht die Ventilatoren. Och, das sind sowohl. Oh, ich dachte, das wäre... Oh, scheiße. Ähm, ja. Fail. Mhm. Sind die Ventilatoren? Ja, und wenn du mir dann mal sagst, wenn ich die bitte anmachen soll. He coolerotto. Das ist nicht der Fall. nichts Lorge von jedem einen Herder Turbine Arbitz ziehen derjenige muss die Turbinenbremsen lösen und den Hauptschalter umlegen aber hier sind kein Turbinenbremsen wer weiß nein ich hab jetzt doch sonst gesehen aber das fliege sich Kolonie und ließen nicht runter auch Gott Internet Lags ich glaube wir finden die Mission heute nicht mehr ne ich auch nicht ein Versuch ist es wert ja ich würde sagen danach machen wir keine neuen Fahrten entweder wir finden es oder nicht gehen wir mal hier durch ich komme nicht fahren weil da nichts zu fahren ist Banditen ja ein big one of Gepards wow wow haben sie mal erledigen danke ich denke gerade Gepard schlägt kurz siehst du hier irgendwelche Turbinen nicht nicht er kommt man mit welches hier in was und das wird uns vergeben ja ich auch Vorschlag nein tja da oben geht's lang na also noch Munitionskiste erst mal warte wenn was geiles drin liegt will ich auch erst das ist nur Munition ich brauche auch Muni nein sei hier hast du da oben ich kann man hier ein bisschen ich komme zu dir jo ich würde sagen wir hören jetzt hier dann demnächst auch auf ich würde sagen wir fahren noch nach hause und dann machen wir schluss für heute nach hause ist es nicht schön hier sind noch kisten wir wissen eigentlich was wir machen müssen also wir wissen schon was wir machen müssen aber wir wissen nicht wo wir es machen müssen wir sind Level 13 wir schaffen das noch nicht stelle wenn wir Level 14 sind schaffen wir das wir kommen hier aber auch nicht mehr hoch leider hihihi wir sind jetzt so zu sagen auch wir sind zu hause okay ich würde es auch nicht ihr habt jetzt Pech gehabt denn es gibt keine weiteren Passportalense ab also heute mehr natürlich ein Scherz also es gibt es jetzt halt was wir hören jetzt auf die Runde Scheiße gibt es in geile Waffe Fernsehleiter wir stehen es ist auch nur so und zwölf Schuss Teil das ist auch nur zwölf Schuss Teil hier liegt noch Sniper Muni falls du brauchst auf jeden warte mal ich frage mich ne Flaschen kann man nicht kaputt schießen sehen wir ob es leicht ist noch zu schrauben gut also wir machen jetzt Schluss und wir sehen uns im nächsten Park wieder Tschüss Tschüss